Hier machen wir jetzt Knöpfle, aber ich glaube in meiner Ansicht ist es viel zu früh, es muss viel mehr kochen, es sollte mehr kochen. Es kochen viel zu wenig, Mutti. Nichts. Ja, es kochen zu wenig, zu Mutti. Ja, mehr kochen es nicht, es ist geholzter über. Du hast mir immer gesagt, es muss ich viel mehr kochen. Ja, sicher, es kochen. Ja. Wissen Sie, wie ich es mache? I don't know what you said. Ich sehe, wie ich es mache. So macht man Knöpfle. Oh! Ich habe etwas vergessen. Willst du es machen? Nein. 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 Ich nehme so mit 12 Dings hier. Huh? Willst du auch auf Englisch drehen? Nein. Oh, okay. Ja. So macht man Knöpfle. Okay. That's how you make your Knöpfle. Ich ziehe. Die müssen ja alle hochkommen, oder? Ja. Ist es heiss? Ja. Es fällt mir rüber. Darum tun wir es zurück. Guck. Oh. Oh. Du musst ja schauen. Du musst den hinterher schieben. Das ist nicht öppert. Ja, ich schaue. Oh! Ja. Gibt es noch eine Reihe? Ja, sicher. Gibt es noch eine Reihe? Oder geht es kurz? Ja, das ist komplett zu kurz. Dann muss ich alle geschmieren. Oder man hat das alles gegenseitig? Ja. Oh. Merchlaire. Das ist der Salat. Das ist der Salat. Das ist der Salat. Die müssen jedes Einzel sein, nicht ein Klumpen. Jetzt, wenn du zu dünnen Teig hast, fällt alles runter und dann gibt es eine Klumpen. Wenn das Teig zu dünn ist, dann macht es eine große Klumpen. Die sind alle zusammen. Entschuldigung, Entschuldigung. Ihr kennt das Klumpen. Entschuldigung. Ich mache das Klumpen.